Hey, ich weiß, das Licht ist sehr, sehr schlecht, aber ja, irgendwie habe ich gerade kein besseres Licht. Und ja, ähm, ich, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ist es ein Infovideo? Ich bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, habe ich ein paar Infos. Und zwar, heute wahrscheinlich, bin mir nicht ganz sicher, werde ich ins Kino gehen. In einem unfassbaren Film, der schon beim 17.12. rausgekommen ist. Vielleicht wisst ihr es, aber, oh mein Gott, ich freue mich gerade so richtig. Und zwar in Star Wars, das Erwachen der Nacht, Episode 7. Und ich war so sauer, als wir an dem Wochenende, äh, weil am 17. war ja noch Schule, und am Wochenende nicht in diesen Film gehen konnten. Aber dann war ich nicht mehr so sauer. Und ja, und jetzt können wir wahrscheinlich hin. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Und vielleicht werde ich einen Vlog machen, also natürlich werde ich keinen Mann zu Hause mitnehmen. Aber ja, ich werde ein paar Ausschnitte von, okay, ist nicht wirklich ein Vlog, aber keine Ahnung. Ich werde ein paar Ausschnitte von, äh, dem, vom, in, vom, vom Auto hinnehmen. Und von, oder, nein, ich glaube, wir fahren mit der Bahn, ich bin mir nicht sicher. Obwohl, nein. Ach so, ja, ich, äh, natürlich gehe ich mit meiner Mutter, mit meiner Schwester und mit meinem Bruder. Oder, ja. Und, ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung. Naja. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall werde ich euch sehr viel Informationen dazu geben. Und ja. Jetzt noch was für meinen YouTube-Kanal. Und zwar wollt, also irgendwelche Wunsch-Videos bitte in den Kommentaren schreiben. Und, ganz wichtig, unter die letzte Folge von Spamonster, also Spamonster 6, Folge 6, ähm, müsst ihr bitte, bitte in die Kommentare schreiben, was ich denn, also, so ein bisschen Inhalt darüber. Weil ich hab keine Ahnung mehr, was ich hier nehmen soll. Entschuldigung. So, ich glaub, das war's jetzt. Also, wie immer, äh, Videos, Ideen, Wünsche in die Kommentare schreiben. Werde ich wahrscheinlich umsetzen. Und, ich hab's auch in ein Video, in eine Videobeschreibung gepackt. Aber ich bin gerade so richtig, an einem richtig großen Film dran. Und, richtig, ja, noch richtig. Egal. Und ja. Jetzt werde ich euch noch was zeigen. Und zwar, findet ihr das Bild schön? Oder so, so, keine Ahnung. Dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Ciao, ciao. Spaß. Natürlich, müsst ihr es nicht. Ihr dürft's machen. Naja, und jetzt werde ich dieses Bild, vor dem ich stehe, umdrehen. Bitte nicht zu viel Hate. Ihr werdet euch gleich fragen, was soll das sein? Das sollte ein Pferd sein. Und nein, ich war da nicht irgendwie so drei oder so. Ich war da, glaub ich, sechs oder sieben. Und nicht gleich abbrechen und Daumen nach unten geben. Aber das ist so, weil wir waren da in so einem Kurs und ich, ich hab, also ich hab davor, finde ich, und das haben auch alle gesagt, so richtig schöne Pferde gemalt. Und jetzt kann ich das nicht mehr, weil wir haben das einfach, guck, da diese Knochen mussten wir dann malen und bla bla bla. Ja, also das war richtig schrecklich. Ja, warum zeig ich euch eigentlich? Schon schöner. Und jetzt zum nächsten Thema. Erstens, soll ich auf diesem Kanal ein paar, äh, Legos, äh, Lego, äh, soll ich auf diesem Kanal ein paar Lego, äh, Videos hochladen? Oder soll ich mir einen extra Lego-Kanal machen? Eigentlich wäre das schon echt cool. Oder eher nicht? Hm. Naja, das war's mit diesem Video. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich bald wieder.